Dom und Float, Sacken und sind Bros, sie sind blöd Bros. Das ist ein Pfeil, der nach links zeigt. Aber nach links geht es nicht. Und da ist das gleiche nochmal ein bisschen anders. Ja, dann schau doch von der Seite. Genau, und jetzt bist du auf der anderen Seite. Ach, das ist so clever, diese Fenster. Time to interview the world from someone else's perspective. Ja, das ist wohl sehr wahr. Wieder eine geschlossene Tür, ist das ein Portal? So kommen jetzt überall diese Pfeile. Oh, ist das die Pistole? Ja, das ist die Pistole, okay. Geht das bei dem Fenster vielleicht auch? Ja, das wäre jetzt... Nee, da kann ich nicht genug durchgucken. Hm, und bei dem? Das ist kein Fenster, ne? Nee, das ist ne Tür. Das hier ist ne Tür. Aber waren wir jetzt nicht hier schon? Nee. Nee, waren wir nicht. Ach, das ist auch eine verschlossene Tür hier, okay. Anderer Seite? Ja, genau, durchs Fenster gucken. Immer durchs... Ohhhh! Ahhhh! Ahhhh! Nice, glaub ich. Try harder than you will get to where you want to be. Ähm... Ja, kannst du noch, ich glaub das kommt gleich erst. Meinst du? Das Teil. Jetzt. Ah! Ah! Clever! Ich kann Sachen aufsammeln. Und verballern. Oh, jetzt sind wir wieder bei Vierecken. Okay. Das geht irgendwie nicht, ne? Oder ist das jetzt so ein Perspektivending? Gute Frage. Nein. Ähm. Ähm. Und kann ich jetzt wieder... Okay, aufsammeln kann ich jetzt nicht mehr, aber... Da vorne ist wieder eins. Ja. Okay. 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 Also... Das Spiel ist verdammt krank! Aber... Gut. Äh, ne, gut auf jeden Fall, aber... Ich bin doch nicht so geclusterfucked, weißt du? Nee, 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 nee. Kommst du richtig rüber? Ich würde aber wieder mitnehmen, ne? Ja. Schön. Schön, schön! It's harder to progress if you're leaving things behind. Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt gerade... Äh? Hm. Ähm. Ja, ähm. Warte mal, geh mal jetzt zurück. Nee, zurück. Und jetzt... Nimm noch... Kannst du den jetzt hier ausziehen? Ah! Ähm. Nee, dann geht die Tür zu, oder? Ah, 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 ich hab's, 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 ich hab's. Oh, scheiße, ich hab's. Ah, doch, ja, 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 ja. BAM! Ah, okay. Boah, fuck, dieses Spiel ist fucking clever! Aren't you a beauty? Was? Das sagt doch der Doktor immer. Ach so. Wenn er eine schöne Alien-Rasse trifft. Ah, okay. Aren't you... Es geht noch eben um die... Okay. Und jetzt hab ich zwei. Und jetzt packe ich das dann rein. Und nehm das da mit. Und flubbedidup. Haben wir uns einen Weg gebahnt. Tada! Oh, wie genial! I love it! Ich... Ich bin grad mega froh! Ich bin so fröhlich! There are multiple ways to approach a situation. Du willst mir damit sagen, hier sind mehrere Wege! Dankeschön! 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 Und ähm... Okay, hier... Ah, okay! Hat er doch gerade auch noch ein blauer oder nicht? Irgendwo hinter der Tür. Auf hinter der Tür! Nö! Nicht? Nö! Okay, also hier brauchen wir drei. Ja. Jedes füllt ein Drittel auf von diesen beiden Türen. Und hier... geht diese eine Tür auf. Und die hinter dir nicht? Die auch! Schön! Ich hab das Queer jetzt nochmal wieder... Aha... Aber den kannst du jetzt nehmen, oder nicht? Jetzt sind wir... Ne, ne, der ist ja auf der anderen Seite. Hm. Okay. Ähm... Was auch was machst... Ich glaub' ich bin woanders... Ne, ich bin noch nicht woanders. Ne. Jetzt... Äh... Es ist eine Springfeder. Sprungfeder. Das hier auch? Ähm, was ist das? Das war ein Aufzug. Okay. Jetzt komm' ich nicht mehr runter. Scheiße. Oh, ich wäre hier nochmal da geblieben. Fuck. Ähm... A path may not be right or wrong. It may just be different. Gut. Don't look down. Ähm... Daumen. Okay. Ich... Glaube dem Spiel jetzt einfach mal. Don't blink! Dann... Guck... Was ist passiert. Ich... Ich... Also... So mal... Was war das? Unter uns war ein Auge. Bin ich jetzt immer noch in dem... Gleichen Raum? Science may be helping you more than you realize. Okay. Weil ich jetzt rückwärts weggegangen bin, bin ich nicht in dieses Loch gefallen. Some hurdles are too high to jump over. Mhm. Mhm. Danke. Ha! Ha! Oh... Ganzen Würfel für mich! Alles meins! Alles meins! Geil. Okay. Ah! Auf da! Auf da! Lass mich! Lass mich! Nein! Ich hätte noch einen. Ich kann's mir jetzt leisten! Hahaha! All the cubes! All the cubes! Ja, ich befürchte schon. So. Behalten. Na! 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 Ich hab Angst! Ah! Sind wir jetzt da, wo wir eben waren? Und wo ich... Ja, ich glaube. ...wohin gesprungen bin? Ich glaub schon, ja. Dig a little deeper and you might fight something new. Dann lass mich doch tiefer... ...die Gret hat... Hmmmmmm... Oh nein! Nein! Es sind alle Würfel weg. Ah! Oh nein! Scheiße! Wie zum Kotzen ist das? What appears impossible, we have a very simple answer. Jetzt bin ich wieder hier. Das steht da. Ich kann's nicht lesen. Wenn du hoch springst. Zoomst. So ist das wieder... Keine Ahnung. Hörst du das? Ja. Na ja. Später. Eins? Ich will jetzt... Okay, gehen wir erst mal den anderen Weg lang. Oh Mann. Aber jetzt sind wir hier. Ja, dann musst du es nochmal. Mal. Ich will jetzt auch mal den Weg gehen, also. Das wird's auch mal lieb. Alter! Oh mein... Alter! Was ist denn für Sachen? Ah! Feli... Eifel... 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 Nee... Live... E... Ah, live! L... I... F... E... L... I... F... E... Sind wir hier in einem... Oh, das ist... Was denn? Oh, dein Notebook hat gerade Geräusche gemacht und an sich dieses Ding hier. Ist das... Ist das... Double Rainbow? Das ist das, was passiert, wenn du zu viel Drogen nimmst. Ich hab den Weg gefunden. When you absorb your surroundings, you may notice that you didn't see before. Natürlich, ich muss... Ah, ich muss doch nicht einfach nur einmal rumgehen. Okay, das ist einfach... Oh, Alter! Voll creepy, Mann! Okay... Oh, what the fuck! Ähm... When you absorb your surroundings. Wenn du deine, äh... Umgebung absorbierst, dann... Sehen wir uns nächstes Mal bei den Blödbros! Oje!